Musik Ja, wir wurden gerufen, weil es eben Kinder mit Atemnot gab. Unter anderem ein Kind aber mit einem Asthmaanfall. Und des Weiteren zwei Kinder mit offensichtlich Sportverletzungen am Fuß. Und sechs weitere dann im Verlauf, wo vorher wer hier war, auch mit Atemnot. Die Sportveranstaltung ist umgehend abgesagt worden. Musik 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 Musik